Hallihallöfen, da bin ich wieder und wir machen gleich weiter vor den Zobas. Wunderschön sieht das aus. Oh, das war gerade ein Bild für die Götter. Warum habe ich kein Screenshot gemacht? Wow. Da war der Weihnachtsmann wohl ziemlich angepisst wegen dem Zobas. Das sieht ziemlich zugefroren aus. Wow, wow und wow. Mal gucken, was der King sagt. Der King mit dem Ding. Ja. Oh. Kacke, Mann. Nein, füllen sich darunter. Welcome to the Winter Wonderland. Na, 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 na. Ob ich stehe mit meinem Hammer wieder auf? Hier. Was steht denn da? Nichts mehr. Scheiße. Wasser. Okay, dann gehen wir erst mal am König vorbei. Oh, hier ist wieder Wasser. Sogar ziemlich viel Wasser. Und der Wal ist hinfort. Und der Wal ist hinfort. Wow. Oh. Kommst du denn nicht hoch, Link? Mach keine Mucken, ja? Ähm. Oh, da muss ich anscheinend rein. Dann muss ich zurück. Ah. Nerfig. Wirklich nerfig. So, weiter geht's. Blink ist, hasse dich. Oh, nein. Nein. Oh, ja. Ja, 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 ja. Leute. Wisst ihr, wonach das stark aussieht? Es sieht nach awesome Wassertempel aus. Und Wassertempel und ich waren noch nie froh. Und deswegen wird das im Wassertempel ein Let's Play Together. Ja, ein Let's Play Together, ob ihr's glaubt oder nicht. Wartet mal ab. Mit wem? Es sagt nur so viel. Jeder von euch. Wirklich jeder von euch kennt. Ähm. Okay. Also wirklich jeder kennt. Es gibt keinen von euch, der ihn nicht kennt. oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt gibt's Hammer-Eckchen. Jeder, also nochmal zurück im Letztletzter, aber jeder, wirklich jeder von euch kennt ihn. Ich kann euch versprechen, es geht keinem von euch, der ihn nicht kennt. Oh nein, das ist nicht mein schizophrenes zweites Ich. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ich bin auf jeden Fall ziemlich einseitig. Ah, ich muss vielleicht die hier einsammeln. Aua, aua, au. Ja, ist gut. Au. Einer fährt noch. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was ich machen muss. Nein. Junge Brot kann schimmeln, was kannst du? Okay. Da ist der Stein. Na, 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 na. Weiter geht's. Ey, das war unfair. So, weiter geht's im kalten Gefängnis. Wer wurde... ... Spiele aber auch wieder letzte Vollidioten. Irgendwie nimmt Stecker Null Rücksicht drauf. Oh, awesome, mein Handy klingelt. Ey, wie unfair. Du sollst... Hey, das war scheiße. Um ehrlich zu sein, hab schon auch gar keine Lust mehr hier drauf. Aber jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt mach ich das auch zu Ende. Oh, ich schwör dir, man, du kriegst so diesen Pfeil ins Gesicht. Fuck! Die mach ich noch kaputt. Oh, hier ist doch noch einer. Oh, ich hab Angst. Du... Ich krieg dich. War das gut? Kann man nämlich dieses... Das muss ich da drüben treffen. Oh, ich hab einfach noch keine Lust mehr. Ohne Witz. Spring. Listen! Listen! Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Wenn sie schon so spricht, dann nehm ich mir grad mal was mit. Oh, ist Feuer. Zwei sind besser als eins. Oh, wisst ihr was? Sollt ihr eigentlich mein Handy hören? Du kommst dahin. Nein, nein, nein. Du kommst dahin und du kommst dahin. Dann lasse ich das komische Irrlicht da raus. Ich... Seufte. Der hat grad das Irrlicht gesoffen. Krass. Oh mein Gott, wie mir mein Handy klingelt und auf die Eier geht. Glaub mir, ey. Slack. Uh, ich könnte noch was probieren. Halt. Nein, ich bin tot. Halt. Noch nicht. Ich hab awesomees Feuer, man. Okay, den Raum will ich noch machen und dann mach ich einen Cut und dann nehm ich auch für heute nichts mehr auf, weil ich keinen Bock mehr hab. Drei Parts am Tag lang. Zeig mir das, drei Parts am Tag lang. Wow. Mein Herz. Nicht sterben. Scheiße. Ja, ich hab so mit Game Over gehen. Ja. Dann... Spielstand speichern. Ja. Spielstand gesichert. Ja. Spielfortsetzt. Dann mach ich hier einen Cut. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. allen. Hart. Beis. Drei. Drei. Vielen Dank.